Hallo zusammen und willkommen zurück, heute mit einem Multi-Threading Workflow sozusagen. Das heißt, wie man eigentlich mit Daten wirklich arbeitet, wenn man mehrere Threads hat. Und das ist normalerweise über zwei Arten von Threads gemacht, nämlich die Worker-Threads, die quasi Daten bereitstellen über irgendwelche Berechnungen und die, die die Daten dann verarbeiten. Wir werden sie jetzt hier einfach die Data-Threads nennen. Dazu machen wir das hier mal kurz raus und diese Void-Critical und das eigentlich machen wir alles raus, sodass wir quasi mehr oder weniger hier von vorne anfangen. Und jetzt haben wir hier einmal den Worker und einmal den, ähm, bei, ne, wir sagen Preparer dazu, Preparer und, ähm, Worker, sagen wir dazu. So, und, ähm, ja, jetzt haben wir hier im Endeffekt diese beiden Threads und die fangen auch automatisch an und am Ende joinen wir natürlich diesen beiden Threads wieder, aber dieses Mal ein kleines bisschen anders. Die führen jetzt nämlich nicht mehr dieselbe Funktion aus, sondern sie arbeiten mehr oder weniger auf die, äh, auf die gemeinsame Datenlage hin. Und, äh, ja, jetzt brauchen wir hier oben einige Imports, die sollten zumindest erstmal genügen. Ähm, und wir bauen uns jetzt hier einen Vektor mit dem Typen int und, ähm, shared data, sagen wir jetzt einfach mal zu diesem Vektor. Ja, und der wird jetzt hier verwendet und dann sagen wir hier, wir brauchen, also, wir müssen nicht den kompletten Vektor hier shared machen. Das ist überhaupt nicht nötig. Was wir, äh, machen müssen ist, wir müssen einfach nur den, ähm, einen, ähm, einen Boolean haben, einen Atomic Boolean, Atomic Bool. Und, ähm, den verwenden wir jetzt und zwar sagen wir hier data ready zudem. Und ja, natürlich, die Datas sind nicht ready am Anfang, weil wir noch keine Daten haben hier. Und, ähm, deswegen wird hier auch nichts gemacht. So, ähm, das wollte ich eigentlich ursprünglich nicht. Okay. Gut, was wir jetzt hier natürlich brauchen, sind zwei Funktionen, die hier irgendwas machen, nämlich nicht mehr critical und critical, sondern wir wollen natürlich hier irgendwas ausgeben am Ende und irgendwas cooles ausgeben am besten, ähm, und irgendwie mit diesen Daten arbeiten. So, und dazu machen wir jetzt hier natürlich zwei Sachen. Einmal einer, der mir Daten lädt, das heißt der, der wirklich die Daten, also eigentlich ein Loader-Fret, ja, aber ich hab's jetzt hier Preparer genannt, weil wir nichts laden in dem Sinne, sondern weil wir eigentlich bloß Daten einfügen, das heißt, wir sagen hier void, äh, load data und, ähm, das ist eine Funktion, die wir uns hier bauen, die folgendes tut. Wir sagen einfach dann shared data ist gleich und ja, jetzt bauen wir uns hier einfach die Daten rein. So, also sowas wie 0, ähm, 42 und 1337 und jetzt bedenkt einfach, dass dieses shared data, also dieses Zusammenbauen hier, dieses Laden, das hier, diese Zahlen zu generieren, das kann das Lesen einer Datei sein, das Überprüfen, ob alle Werte richtig sind, das kann natürlich aber auch heißen, ihr geht in die Datenbank und überprüft oder, äh, holt euch aus der Datenbank irgendwelche Werte, macht irgendwelche Vorverarbeitung, etc., etc., so das kann ziemlich anstrengend werden hier, was wir hier machen. Was wir jetzt hier einfach als Fixwerte eingetragen haben, können aufwendige Datenbank-Operationen sein oder, und das ist sogar noch der bessere und häufigere Fall, es können tatsächlich Sensoren sein, die hier gemessen werden. Also sowas wie zum Beispiel, ähm, Abstandssensor beim Autofahren, ja, oder, ähm, Temperatursensor, der regelmäßig immer mal wieder triggert und wir haben jetzt natürlich hier die Möglichkeit einfach Daten anzugeben, aber nehmen wir einfach mal an, die werden regelmäßig ausgelesen, dann sind die auch nicht konstant bereit, ja, das dauert einfach seine Zeit und da muss halt einfach im Hintergrund irgendwas passieren. So, aber natürlich, diese Daten, ähm, können zum Beispiel relativ viel sein. Wir können es auch zum Beispiel auf eine andere Art und Weise machen, also zum Beispiel, wenn jemand ein YouTube-Video hochlädt, ja, das passiert ständig. So, dann wird das Video hochgeladen und dann wird es in die Datenbank reingeschrieben. So, dann brauchen wir aber irgendwie einen Data Thread, also einen Load Data Thread, der uns hier diese Daten aus der Datenbank wieder lädt und das ist natürlich nicht gesagt, wann die soweit sind und deswegen, äh, kann man das hier wunderbar so angehen, ähm, und ja, dann sagen wir einfach hier, okay, wenn wir das fertig haben, sind natürlich die Daten fertig, also wenn wir hier irgendwas reingeladen haben, dann sagen wir Data Ready gleich True. Wunderbar. So, und ja, was im Endeffekt jetzt passiert ist, folgendes, ähm, wir können hier noch ein Cout ausgeben, quasi so eine Art Log, Data Ready. So, und, ähm, diese Funktion wird jetzt hier vom Preparer ausgeführt, das heißt, der bekommt hier einfach nur die Funktion Load Data, ähm, in den Preparer rein, was ist dein Problem hier, Kollege? Achso, ja, gut, natürlich, ich brauche hier keine Parameter mehr, ups, sieh. Okay, ähm, und ja, der kann das von mir aus auch die ganze Zeit machen, das ist überhaupt kein Problem, der kann das mehrere Stunden am Stück machen, der kann auch in der Wild True Schleife laufen, ja, das ist überhaupt kein Thema, ähm, weil der blockiert ja nicht. Der kann die ganze Zeit weiterlaufen und der Worker wird trotzdem gestartet. Also, wenn ihr hier drin eine Wild True habt, heißt das nicht, dass euer Main Thread nicht weiterläuft. Wenn ihr hier Wild True drin habt, ähm, Wild True, ähm, so, dann heißt das schlichtweg, ihr baut euch quasi konstant neue Daten in euer Shared Data Array, okay? Das heißt, ihr baut euch Daten, baut euch Daten, baut euch Daten die ganze Zeit und fügt die in dieses Data Array ein und, ja, der Haupt Thread, der läuft halt weiter. Also, nachdem das hier ausgeführt wurde, wird die Zeile ausgeführt, wird die Zeile ausgeführt und, ja, hier haben wir dann dieses Join. Das bedeutet, warte, bis dieser Load Data Thread hier fertig ist. Naja, aber der ist ja durch die Wild True Schleife niemals fertig. Das heißt, hier dieses Join wird natürlich niemals enden, das heißt, ihr habt im Endeffekt eine Endlosschleife. Aber, was natürlich nicht schlimm ist, weil ich meine, viele Anwendungen sollen ja endlos lange laufen. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel auch das Ganze in einer GUI, also in einer grafischen Benutzeroberfläche, wie zum Beispiel diese IDI eine ist, könnt ihr das natürlich auch verstehen. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, die ganze Zeit irgendwas zu machen und es ist nicht schlimm, wenn das Programm die ganze Zeit läuft. Im Endeffekt, alle unsere Programme laufen, oder fast alle unsere Programme laufen eigentlich durchgängig und nicht einfach nur, bis sie fertig sind. So, aber wie gesagt, der nächste Thread hier, der Worker Thread, der läuft natürlich auch noch parallel dazu ab, das ist ja quasi der ganze Grund dafür. Und ja, wir machen jetzt hier WaitForData als weiteren Thread und hier drin sagen wir jetzt einfach SeeOut WaitingForMore und Endline. Und ja, hier drin sagen wir jetzt einfach, okay, solange wir keine Daten haben, machen wir nicht weiter. So, und jetzt führen wir quasi hier ein, dass das bitte mit dieser Zeile hier synchronisiert sein soll. Das heißt, dass beides an sich Thread Safe sein soll. Also hier können wir natürlich nur auf Daten zugreifen, wenn wir wirklich Daten haben. Also sagen wir hier WhileNotDataReady.Load. Ja, das habt ihr quasi in den Klammern gesehen, dass hier irgendwas mit Memory hinten dran stand. Das kann ich jetzt gerade gar nicht mehr zeigen. Müsst ihr aber auch nicht unbedingt wissen. So, und ja, jetzt sagen wir hier, okay, wenn wir offensichtlich keine Daten fertig haben, also wenn hier dieses DataReady.Load kein True ergibt, dann warten wir natürlich. Das heißt, wir sagen einfach, okay, wir machen hier jetzt einen Schlaf. So, und ja, wie schlafen wir? Also wir könnten natürlich jetzt hier Busy Waiting einführen, indem wir einfach quasi nichts machen. Dann können wir es so lassen. Wir können den Thread aber auch einfach für ein paar Sekunden schlafen legen und zum Beispiel sagen, also das ist wirklich eine feste Zeit, okay? Das heißt, wir sagen hier ThisThread, das ist quasi der jetzige Thread, der gerade am Zug ist. Sleep for und hier drin können wir jetzt angeben, wie lange wir sleepen wollen. Jetzt müssen wir das natürlich irgendwie angeben und dazu brauchen wir nochmal irgendwas und zwar Include, nein, Include mit den Spitzenklammern bitte. Und zwar wollen wir Chrono haben, nämlich eine Zeit. Und ja, wie lange wollen wir schlafen, sagen wir einfach mal Chrono. Und hier sagen wir jetzt einfach mal Milliseconds von 100. Das heißt, wir schlafen 100 Milliseconds und wenn diese 100 Millisekunden vorbei sind, dann versuchen wir wieder die Daten zu laden. Und wenn die Daten nicht geladen werden konnten, schlafen wir nochmal 100 Millisekunden und so weiter und so fort. Wenn die Daten allerdings geladen werden konnten, dann macht Punkt Load nicht nur folgendes. Punkt Load liest mir nicht nur einfach den Wert aus und überprüft, ob das true ist. Nein, Punkt Load nimmt sich den Wert und verarbeitet ihn und danach ist das Ding wieder false. Das ist ja das Coole dabei. Das heißt, ich habe quasi diesen Wert wirklich verarbeitet. Und ja, jetzt kann ich hier sagen, ich möchte sozusagen irgendwas damit machen. Zum Beispiel möchte ich alle Werte ausgeben. Das heißt, Cout von SharedData von 0 und hier möchte ich dann einen Bindestrich haben. Und ich weiß ja, dass es drei Werte sind. Wir nehmen jetzt einfach mal an, dass wir wissen, dass es immer drei Werte sind. Aber wir müssen natürlich vorsichtig sein, weil es könnte natürlich auch sein, dass hier nur zwei Werte bereitgestellt werden oder sowas. Aber das ist ganz normale Programmierungsarbeit, hat jetzt nicht wirklich was mit Multithreading zu tun. Und ja, hier machen wir ein Endline rein. So. Und das funktioniert auch wunderbar, wenn wir jetzt hier unten zumindest noch angeben, dass wir gerne, was, wie haben wir sie genannt? WaitForData. WaitForData. Achtet auch immer darauf, dass ihr die Klammern nicht mit angebt. Ihr wollt einen Function Pointer hier reinbringen und keine Funktion aufrufen. Also, wenn ihr sie aufruft, wenn ihr hier die Klammern reinmacht, dann ist im Endeffekt das Ergebnis dieser Funktion das, was zurückkommt. Das heißt, hier wird einfach Void reingegeben und Void ist natürlich nicht das, was der Worker braucht. Sollte auch nicht kompilieren, aber ich sag's trotzdem nur, dass ihr nicht den Fehler hier macht. So, und wenn wir das jetzt hier starten, passiert folgendes. So. Data ready. WaitingForMore. 0, 42, 1, 3, 3, 7. So, das ist jetzt natürlich nicht ganz so spektakulär gewesen, weil natürlich dieser Thread hier, sagen wir mal, zu schnell fertig war. Okay. Das heißt, wir sagen hier mal, wir lassen den mal 1000 Millisekunden warten. Und, ja, wir sehen hier WaitingForMore. Das ist aus dem WaitingThread hier. Und der macht dann tatsächlich nichts. Dann sagt der hier, okay, die Daten sind soweit fertig, du kannst. Und dann sagt der hier, okay, ich liese die Daten aus und verarbeite die. So, das ist der ganz normale Workflow, den man normalerweise macht, wenn man hier mit mehreren Threads arbeitet und Daten irgendwie parallel verarbeiten möchte. Das heißt, man hat einen Loader Thread und man hat einen Worker Thread. Jetzt kann man natürlich auch soweit gehen und hier mehrere von diesen Shared Data Dingern haben und noch einen Verteiler Thread einbauen. Ja, das geht durchaus. Was man aber auch machen kann, ist zum Beispiel, ich könnte jetzt hier sagen, okay, der Loader Thread, der macht immer genau drei Dateneinheiten. Das haben wir ja hier schon festgelegt und wir haben jetzt drei von diesen Worker Threads. Der erste, also ich mache das mal ganz kurz, wir nehmen jetzt hier wieder ein Inti mit. Das heißt, die Worker Threads arbeiten jetzt nur noch auf dem i, okay. Und dann müssen wir hier unten halt sagen, okay, wir arbeiten nur noch auf dem i und geben nur noch das ite-Datenstück sozusagen aus. Dann brauchen wir hier oben allerdings wiederum kein AtomicBool, sondern wir brauchen ein AtomicInt, der uns mitzählt, wie viele von diesen Daten schon verarbeitet wurden, damit wir das auch wissen. Und dann können wir zum Beispiel auch mit Push und Pop arbeiten. All diese Dinge kann man dann optimieren. Das heißt, ich habe am Ende nicht nur einen Worker Thread, sondern ich kann hier drei Worker Threads machen, weil wir hier immer drei Daten parallel produzieren sozusagen. Das geht natürlich auch. So, und ich kann natürlich hier auch mit Push arbeiten, indem ich hier neue Daten in dieses Shared Data Array rein pushe und nicht einfach das ganze Ding ersetze. Und dann habe ich quasi meinen kompletten Workflow. Das heißt, ich pushe ständig in meinen Loader Threads neue Daten da rein und mache zum Beispiel die Länge meines Vektors hier Shared bzw. Atomic und muss dann immer die Länge sozusagen anpassen. Oder eben das Pushen machen wir dann eben nicht parallel, sondern nur das Vorbereiten der Daten. So kann man das Ganze dann natürlich auch implementieren. Ja, ich mache das jetzt hier nochmal rückgängig. Das ist ein bisschen zu viel für den Zweck, aber das wäre eine gute Übung, was ihr durchaus machen könnt. Was ihr mit dem Wissen, was ihr jetzt habt, auch durchaus hinbekommt. Okay, das war es von meiner Seite schon wieder. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.